Die TV-Familie Wollny ist bereits vor Jahren zerbrochen. Bis heute ist nicht ganz klar, wer beim Clan-Klinch auf wessen Seite steht. Jetzt gibt es neue Einblicke. Jeremy Pascal Wollny hat den Kontakt zur Mutter Sylvia Wollny abgebrochen. Das ist kein Geheimnis. Zuletzt verdeutlichte er, wie schlecht es um die Beziehung der beiden steht, als er Sylvia in einem Instagram-Beitrag den Kontakt zu seiner Tochter Julien Melody verbot. An mein Kind wird sie niemals rankommen, geschweige denn kennenlernen oder sonst was, wurde er 2019 nach der Geburt der Kleinen deutlich. Er sei nicht wie der Rest seiner Familie, müsse und wolle keinen Profit daraus schlagen, sich und sein Kind in der Öffentlichkeit zu präsentieren. Die Wollnys haben Jeremy Pascal Wollny und Dieter Wollny noch Kontakt. Spätestens da war klar, für Jeremy Pascal Wollny und seine Mutter Sylvia gibt es keine Zukunft. Auch der baldigen Hochzeit des RTLZWI-Aussteigers wird die 58-Jährige kein Ehrengast sein und stattdessen viel eher auf der Hausverbot-Liste stehen. Dort kann sie sich zu einem Großteil ihrer Kinder gesellen, denn Jeremy Pascal und seine Schwestern sind genauso schlecht aufeinander zu sprechen. Doch wie ist es eigentlich um die Beziehung von Jeremy Pascal und Papa Dieter Wollny bestellt? Nach der Trennung seiner Eltern hatte sich JP auf die Seite seines Vaters gestellt und war 2013 bei ihm eingezogen, nicht zuletzt, weil Sylvia Wollny ihm gegenüber handgreiflich geworden sein soll. Hier alle Infos größer als größer als größer als. Heute erwähnt er seinen Vater in der Regel nicht, was allerdings auch daran liegen könnte, dass Jeremy Pascal schon lange nichts mehr davon hält, Privates zu sehr nach außen zu tragen, so stehen Jeremy Pascal und Dieter Wollny heute zueinander. Nun machte der 26-Jährige jedoch eine kleine Ausnahme. Diese Torte habe ich zum 18. Geburtstag von meinem Vater bekommen, heißt es in seiner Insta-Story. Dazu der Schnappschuss einer spektakulären Torte, auf der neben einer 18- und Happy Birthday-Kerzen und dem Schriftzug Du gehst deinen Weg, auch zwei Püppchen aus Fondonsitzen. Die blonde Frau, vermutlich Jeremies damaligen Freundin, und der kurzhaarige junge Mann, der als Jeremy Pascal erkennbar ist, halten Hanteln in der Hand. Das Foto scheint Jeremy Pascal nun wiederentdeckt und bei seinem Anblick ganz nostalgisch geworden zu sein. Mega, oder? schreibt er dazu und versieht das Ganze mit einem Lach und einem Herz-Imuji. Damit sollte klar sein, Jeremy Pascal und Dieter Wollny stehen sich auch heute noch nahe, haben nach wie vor ein gutes Verhältnis.